In einer kleinen indischen Stadt, die alljährlich von tausenden Pilgern besucht wird, steht eine bizarre Zeremonie bevor. Anlässlich hoher religiöser Feiertage unterziehen sich Gläubige einem Ritual, das an mittelalterliche Foltermethoden erinnert. Die heiligen Männer, die sich dafür zur Verfügung stellen, behaupten, ihr Glaube könne den Schmerz besiegen. Seit Jahrhunderten machen diese Darbietungen großen Eindruck auf die Zuseher und festigen deren Glauben. Doch diese Demonstration ist anders. Die Zuseher sind keine Pilger und der Freiwillige ist kein heiliger Mann, sondern ein einheimischer Student. Er nimmt an einem Feldzug gegen den Aberglauben teil. Sein Ziel ist zu beweisen, dass jeder mit einem Haken im Rücken fliegen kann und dass alle übernatürlichen Kräfte, die der Religion zugeschrieben werden, wissenschaftlich erklärt werden können. In Indien lebt ein Sechstel der Weltbevölkerung. Das entspricht nahezu einer Milliarde Menschen. Das Land investiert erhebliche Geldmittel in technischen Fortschritt und ist einer der weltweit größten Produzenten von Computersoftware. Vor 16 Jahren schoss Indien seinen ersten Satelliten ins All. Doch das Durchschnittseinkommen liegt noch immer bei rund 14 Schilling pro Tag und die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Analphabeten. Schulbildung kann den Aberglauben nicht verdrängen. Die meisten Einheimischen vertrauen mehr auf die Zaubertricks der Gurus als auf die Wissenschaft. Der Glaube an das Übernatürliche ist ein weltweites Phänomen. In Indien kommt ihm jedoch ein besonders hoher Stellenwert zu. Manche Gesellschaftsschichten nutzen den Aberglauben aus, um ihre Macht auszuweiten. Die Patienten dieses westbengalischen Fakirs glauben, dass sein durch Chemikalien entfachtes Feuer Krankheiten besiegen kann. Diese heilige Frau versetzt sich in Trance, behandelt Kranke und sagt auch die Zukunft voraus. Hunderte Gläubige pilgern zu ihrem kleinen Schrein und erzählen von ihren Beschwerden und Sorgen. Außerdem suchen sie Rat in Geschäfts- und Liebesangelegenheiten. Tricks helfen allerdings nicht nur beim Ausbau persönlicher Macht, sondern auch beim Gewinn von Wählerstimmen. Dieser heilige Mann behauptet, vier Tage unter Wasser verbracht zu haben. Offensichtlich wurde er insgeheim mit Sauerstoff versorgt. Doch die Gläubigen sind von seiner göttlichen Kraft unerschütterlich überzeugt. Nachdem er seinem Tank entstiegen war, dankte der Barber Gott und sprach sich für den einheimischen Kandidaten zur bevorstehenden Wahl aus. Im Namen der Religion finden erstaunliche Rituale statt. In ganz Asien versuchen Hindus und Moslems zu beweisen, dass der Glaube stärker ist als das Fleisch. Die Gläubigen meinen, dass strikte Religionsausübung nicht nur Schmerz, sondern auch physikalische Gesetze besiegen kann. Gurus gehen auf glühenden Kohlen und lassen sich die Haut durchstechen. Indem sie dem Körper solchen Qualen unterziehen, stärken sie den Glauben der Zuseher. Einer der bedeutendsten Gurus ist Satya Sai Baba. Er hat eine weltweite Gefolgschaft, die Millionen zählt. Seine übernatürlichen Kunststücke sind legendär und seine Anhänger verehren ihn als lebendigen Gott. Während seiner täglichen Audienzen begeistert er die Menge, indem er heilige Asche herbeizaubert und sie dann über die Zuseher verstreut. Seine Anhänger bestehen nicht nur aus Armen und Analphabeten, sondern auch aus der intellektuellen Elite des Landes. Dieses Land ist einzigartig, weil es über zumindest 400 bis 500 Männer und Frauen verfügt, die nicht nur behaupten, übernatürliche Kräfte zu haben, sondern sich auch als Götter bezeichnen. Die Leute glauben ihnen und beten sie an. Ein Mann wie Sai Baba hat ein Gefolge, das in die Millionen geht. Darunter befinden sich auch hohe Beamte. Sehr häufig werden Entscheidungen, besonders wenn es um Ernennungen geht, in Konsultation mit den Gurus getroffen. Baba ist nur einer von ihnen. Es gibt noch viele andere. Manche haben nur lokalen Einfluss, doch Sai Baba ist von nationaler Bedeutung. Sai Baba hat eine nationaler Influenz. T.N. Seeshan bekleidete bis vor kurzem eine hohe Stellung im Wahlausschuss und war sogar selbst für das Präsidentenamt im Gespräch. Er ist einer von Sai Babas prominentesten Anhängern. Als ich vorige Woche zu Sai Baba ging, zauberte er diesen Ring für mich aus dem Nichts hervor. Er ist mit neun Edelsteinen besetzt. Darunter befinden sich ein Rubin, eine Perle, ein Saphir, ein Smaragd und ein Diamant. Gott weiss was noch. Der Ring hatte sich plötzlich materialisiert. Ich konnte ihn anfassen. Sie werden sagen, das ist unglaublich. Doch ich war selbst Zeuge. Ich bin keine leichtgläubige Person. Ich besitze ein Diplom in Physik und außerdem ein Wirtschaftsdiplom der Universität Harvard. Dennoch finde ich keinen Widerspruch zwischen den Gesetzen der Physik und meinem Glauben daran, dass der Ring aus dem Nichts kam. Auch die Wissenschaftler tun wenig, um den Aberglauben zu bekämpfen. In diesem Sai Baba-Schrein in Bangalore, dem indischen Zentrum für Wissenschaft und Technologie, versammeln sich Professoren sämtlicher Forschungsinstitute. Experten für Luftfahrt oder Geologie beten zu einem Mann, dem sie übernatürliche Kräfte zuschreiben. Es gibt Leute mit geringen und solche mit starken übernatürlichen Fähigkeiten. Sai Baba verfügt über solche Kräfte. Wir betrachten ihn als Gott, das steht außer Frage. Da ich Wissenschaftler bin, glaubte ich ursprünglich auch nicht an Sai Baba. Doch heute ist mein Vertrauen in ihn unerschütterlich. Ich war selbst Augenzeuge von Wundern, die er wirkte. Sehen Sie den Ring, den ich trage? Er wurde von Sai Baba durch eine bloße Handbewegung aus dem Nichts materialisiert. Um zu beweisen, dass es sich dabei nicht um einen Trick handelt, zauberte er dann eine Menge wie Buti. Das ist weiße Asche hervor. Als ich ihn zum ersten Mal in Butabati traf, fragte er mich, ob ich auch weiße Asche wolle. Als ich Ja sagte, zauberte er sie durch eine kleine Handbewegung hervor. Er kreist einfach mit der Hand und die Dinge erscheinen aus dem Nichts. Er schenkt sie dann weiter, um die Leute zu überzeugen. Da ich Wissenschaftler und folglich skeptisch war, erhob er die Hand und rollte seinen Ärmel hoch. Er entblößte seine Achselhöhle und sagte, die Leute glauben, dass ich die Dinge hier verstecke. Er fragte, ob ich dort etwas sehen könne, was ich verneinte. Ich sagte, ich hätte keine Erklärung. Sai Baba kann definitiv jeden Gegenstand herbeizaubern. Das steht für mich außer Frage. Der Glaube an die Kräfte des Gurus mag den Wissenschaftler gegenüber anderen Erklärungen für diese übernatürlichen Phänomene blind gemacht haben. P.C. Sorkar ist Indiens bedeutendster Zauberkünstler. Er findet nichts Außergewöhnliches daran, wenn ein Ring scheinbar aus dem Nichts erscheint. Es handelt sich dabei um einen Trick. Wir nennen ihn den Handschlitten. Sehen Sie, ich nehme diesen Finger und zaubere einen Ring hervor. Wenn ich ihn dann in der Hand halte, gebe ich ihn weiter. Doch er könnte auch von hier kommen. Dinge, aus dem Nichts hervorzuzaubern, hatten nichts mit Magie zu tun. Dieses Video, das Sai Baba bei der Arbeit zeigt, wurde in Indien geheim in Umlauf gebracht. Darauf ist zu erkennen, dass sich der Gottesmann eines Zaubertricks bedient, um für einen wichtigen Besucher ein goldenes Halsband zu materialisieren. Unmittelbar bevor er eine Auszeichnung übergibt, scheinen seine Finger unterhalb der Holzkassette etwas zu suchen. Dann zieht er seine Hand zurück, beschreibt mit ihr einen Kreis und das Halsband erscheint wie aus dem Nichts. Dem Ereignis wohnte der ehemalige indische Premierminister bei und es wurde vom staatlichen indischen Fernsehen aufgezeichnet. Doch nachdem ein Redakteur auf den Trick aufmerksam machte, wurde das Material nicht gesendet. Einer der Skeptiker, die gegen die Gottesmänner in den Kampf ziehen, ist der Rechtsanwalt Balgopal. Er zeigte Sai Baba privat an. Denn der Guru umgeht nicht nur die Regeln der Physik, sondern angeblich auch die Gesetze für den Goldimport. Hier haben wir einen Mann, der behauptet, Dinge aus dem Nichts entstehen lassen zu können. Aber er zaubert natürlich kein Essen und Wasser für die Armen herbei. Er sorgt sich nur um die Elite. Er schenkt ihnen goldene Halsbänder, die sie gar nicht benötigen. Er gibt den reichen Diamanten, anstatt Reichtümer an die Bedürftigen zu verteilen. Die Armen bekommen dagegen nur heilige Asche. Die Skeptiker sind nicht nur über den politischen Einfluss der Gurus besorgt. Sie befürchten auch, dass die Gottesmänner die Gesundheit und sogar das Leben der Gläubigen gefährden könnten. Dieser Guru kleidet sich in rosa Seide und verspricht seinen Anhängern Heilung, indem er auf einem japanischen Synthesizer klassische Ragas spielt. Die Musik verleiht Energie, Ruhe und heilt. Zur Diagnose von Krebs, Herzkrankheiten und Aids benutzt er Kristalle, die, so sagt er, nur für ihn sichtbare Strahlen abgeben. Die Kristalle teilen ihm mit, woran ein Patient leidet. Dann wird der Kranke durch Berührung mit dem Kristall und durch Musik behandelt. Dieser Kristall zeigt Farben, verschiedene Farben, die anzeigen, in welcher Reihe eine kranke Person sitzt. Er blinkt wie eine kleine Glühbirne. Dadurch weiß ich, wo die Herzpatienten sind. Wenn zum Beispiel zwölf blaue Lichter aufscheinen, weiß ich, dass zwölf Krebspatienten in der Halle sitzen. Dann verkünde ich, heute befinden sich zwölf Krebspatienten und 14 Herzkranke unter uns. Ich bitte Sie aufzustehen. Ich rufe Sie einzeln auf, berühre Ihre Stirn mit dem Kristall. Außerdem berate ich Sie. Ich sage Ihnen beispielsweise, dass Sie den Arzt wechseln sollen, dass Sie eine Medizin weiterhin einnehmen können oder dass eine falsche Diagnose gestellt wurde. Ich bitte Sie, näher zu kommen und lasse Sie eine halbe Stunde lang der Musik zuhören. Abschließend bekommen Sie dann heilende Steine. Prompt überraschte Swami die Filmcrew, indem er aus dem Boden seines Lieblingskristalles ein Schmuckstück hervorzauberte. Das ist für Sie. Eine Ghanapati-Koralle. Mit Zauber hat das nichts zu tun, das ist ein Geschenk. Wie Schokolade. Wir Zauberkünstler, Illusionäre, Magier, Manipulateure tun solche Dinge immer wieder als Teil unseres Jobs. Aber wir behaupten nicht, Gottesmänner mit übernatürlichen Kräften zu sein. Ich stelle nicht den Anspruch, ein Baba zu sein. Wir sind Künstler, die die Leute unterhalten wollen. Die Absichten der Gottesmänner hingegen sind schlecht. Sie treiben die Gesellschaftsentwicklung zurück. Die Wissenschaft will weiterkommen. Doch die Gurus sorgen für den Rückschritt. Diese kleine Gruppe will genau das verhindern. Dieser klapprige Minibus gehört der Gruppe der Rationalisten. Die Aktivisten kämpfen im südindischen Staat Kerala gegen Wunder und Übersinnliches. Die Rationalisten rekrutieren sich aus gebildeten, aber wenig wohlhabenden Bevölkerungsschichten. Studenten, Lehrer und junge Wissenschaftler. Tagtäglich entrollen sie ihre Transparente in einem halben Dutzend Dörfer und präsentieren eine Show, die die Tricks der Gottesmänner entlarven soll. Leiter der Gruppe ist der Journalist Sanal Edamaraku. Zu Beginn seiner Informationsveranstaltung zeigt er Fotos von prominenten Politikern in Gesellschaft eines Gurus. Dieser Guru landete im Gefängnis, weil er einen Prostitutionsring betrieb. Danach führt er Sai Babas Trick mit der heiligen Asche vor. Unmengen der heiligen Substanz kommen zum Vorschein. In Wirklichkeit handelt es sich um komprimierte Asche, die er unter der Handfläche versteckt. Der Betrugsvorwurf gegen einen verehrten Gottesmann provoziert die Gläubigen. Sie wollen das Beweismaterial selbst einer Prüfung unterziehen. Den nächsten Trick wenden Gottesmänner an, um die Leute zu überzeugen, dass sie durch Geisteskraft Feuer entfachen können. In Wirklichkeit handelt es sich um eine simple chemische Reaktion. Das Papier wurde mit Kalium per Manganat behandelt. Wenn man Glycerin darüber gießt, geht es in Flammen auf. Die Leute in indischen Dörfern sind sehr abergläubisch. Sie besitzen keine wissenschaftliche Bildung. Das ist eine Folge des Analphabetentums. Doch selbst in einer Gegend wie Kerala, wo nahezu die gesamte Bevölkerung schreiben kann, sind die Leute wissenschaftlich ungebildet. Diese Kampagne soll 100 Bezirke des Landes erreichen. Wir wollen die Menschen direkt ansprechen und die sogenannten Wunder erklären. Dadurch bekämpfen wir den Aberglauben. Zu jeder unserer Demonstrationen erscheinen ca. 200 bis 500 Zuseher, die dann von unserer Tätigkeit berichten. So erreichen wir die Menschen schnell. Rationalisten wenden sich nicht gegen die Religion, sondern gegen den Aberglauben. Doch in Indien ist es schwer, voneinander zu trennen. Hier geschieht ein alltägliches Wunder, das ständig in Tempeln und bei Zeremonien vorgeführt wird. Anlässlich religiöser Feste wirken Gurus in Tempeln Wunder. Zum Standard-Repertoire gehört auch das Durchstechen der Zunge und der Wangen. Die Zuseher führen das darauf zurück, dass die heiligen Männer den Segen der Götter besitzen. Wir versuchen den Leuten zu erklären, dass dieser Aberglaube auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Wir müssen ihnen ständig vor Augen halten, dass es sich bei all diesen Dingen einfach um billige Tricks handelt. Entgegen dem Anschein verursacht dieses Piercing kaum Schaden und wenig Schmerz. Diese stark motivierten Freiwilligen spüren fast nichts, wenn sie ihre Wangen durchstechen. Der Schmerz entsteht nur im Gehirn des Zusehers. Die fleischige Gesichtsregion, die durchstochen wird, enthält kaum Blutgefäße oder Knochen. Wenn man die Haut strafft, bevor man sie mit dem Spieß durchbohrt, tritt nicht einmal Blut aus. Auch Feuerschlucken ist viel ungefährlicher, als es aussieht. Es ist Teil eines religiösen Rituals, bei dem kleine Stückchen Kampfer verwendet werden, die bei niedrigen Temperaturen entflammbar sind. Die Unterseite der Kampferstückchen bleibt allerdings kühl und verbrennt nicht. Wenn man den Mund schließt, wird die Flamme von im Atem enthaltenem Kohlendioxid schnell gelöscht. Von den Rationalisten ermutigt, unternimmt ein Zuseher selbst einen Versuch. Die Rationalisten werden viele Wochen unterwegs sein. Sie investieren nicht nur Zeit, sondern auch Eigenkapital in die Kampagne. Auch der Gang über glühende Kohlen darf bei keinem religiösen Fest fehlen. Den Teilnehmern wird eingeredet, dass ihr Glaube jegliches Schmerzempfinden verhindert. Die Rationalisten vertrauen jedoch lieber der Physik als der Religion. Die dicke Hornhaut der Fußsohlen ist ein schlechter Wärmeleiter, ebenso wie die Asche an der Oberseite der Kohlen. Wenn man in Bewegung bleibt, hat die Glut keine Chance, die Haut zu verbrennen. Es tut überhaupt nicht weh. Jeder, der den Mut hat, es zu versuchen, wird das bestätigen. Dadurch stellen wir die Wundermänner, die Gottesmänner und die Gurus bloß. Natürlich versuchen sie, unsere Vorführungen zu sabotieren. Sie streuen beispielsweise Zucker ins Feuer, der schmilzt und dann an den Fußsohlen festklebt. Dann sagen sie, das ist die göttliche Rache der Gurus, weil wir sie herausfordern. Wir müssen genau darauf achten, dass keine Glassplitter oder Zucker ins Feuer gestreut werden. Glassplitter und Zucker sind allerdings nicht die unerbittlichsten Widersacher der Rationalisten. Ihr Feldzug gegen die Gottesmänner hat gerade erst begonnen. Zahllose Konflikte stehen noch bevor. Eines der Hauptziele der indischen Rationalisten ist, zu beweisen, dass auch der Mann von der Straße sogenannte Wunder wirken kann. Glaube spielt dabei keine Rolle. Guru Jäger Prämanant hat bereits hunderte solcher Demonstrationen durchgeführt. Diese Freiwilligen sind Allheimische, Mechaniker, Lastwagenfahrer und Beamte. Ebenso wie ihr Lehrer wurden die meisten von ihnen als Hindus erzogen, haben jedoch ihrem Glauben abgeschworen. So wollen sie beweisen, dass ein Rationalist eine ebenso gute Show abziehen kann wie jeder Guru. Die Freiwilligen bei dieser Demonstration sind ein Ingenieur und der Sekretär eines lokalen Rationalistenclubs. Beide haben derartiges noch nie versucht. Bei religiösen Festen ziehen gläubige Wagen, die an Seilen mit Haken im Fleisch ihrer Rücken befestigt sind. Prämanants Männer wollen noch einen Schritt weiter gehen. Sie werden diesen Jeep ziehen. Es ist völlig schmerzlos. Schmerzlos? Absolut schmerzlos. Außerdem können drei Hautschichten ein Gewicht von 80 Kilo aushalten. Einem Jeep mit Haken im Fleisch zu ziehen ist deshalb leichter, weil zwei Männer an der Arbeit sind. Es wird ganz einfach sein. Die Freiwilligen rufen zur Motivation den Namen des örtlichen Leiters der Rationalisten und setzen den Jeep in Bewegung. Sie beweisen die Stärke und Elastizität ihrer Haut. Dabei geht es um die menschliche Physiologie. Mit Glaube hat es nichts zu tun. Als anschließend die Haken aus der Haut entfernt werden, tritt kein Tropf von Blut aus. Es hat nur mit Kraft zu tun, nicht mit Gott. Jeder kann das tun. Alles, was man dazu braucht, ist Mut. Man muss einfach furchtlos sein. Nachdem ich in einem hinduistischen Land geboren wurde, glaubte ich ebenfalls an Wunder. Ich dachte, ich sollte auch über solche Kräfte verfügen. Ich bereiste ganz Indien auf der Suche nach einem Guru, der mir diese Fähigkeiten verleihen könnte. Als ich jedoch herausfand, dass alle Gurus Betrüger sind, gab ich die Suche auf. Seit 40 Jahren jagt der heute 65-jährige Prämanant Gurus und Gottesmänner. Er hat ein Dossier über 1500 sogenannte Wunder zusammengestellt, die er in seinem Buch »Der indische Skeptiker« detailgetreu schildert. Seine Kampagne erfreut sich wachsenden Zuspruchs. Heute hält er Ausbildungskurse für junge Gurujäger ab. Er lehrt sie, wie man schwebt. Nach einer sicheren Landung enthüllt Prämanant das übernatürliche Geheimnis. Was versteckt ein Guru? Diese Stelzen. Er erhebt sich auf den Stelzen und die Leute glauben, es sind seine Füße. Dann hebt er den Kopf und alle glauben, er schwebt. Danach lässt er sich wieder herunter und fällt in Trance. Auch dieser makabre Stunt gehört zum Programm der Gurujäger. Der Freiwillige bei diesem Versuch ist ein Arbeiter, dem diese Dinge noch neu sind. Nachdem ihm ein Tuch über den Kopf gezogen wurde, stellt man ihn kopfüber in ein Erdloch. Danach wird das Loch mit Sand gefüllt, bis sein Kopf völlig begraben ist. Doch der Mann erstickt nicht. Der Sand ist trocken und lässt ausreichend Luft zum Atmen durch. Seit 50 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Wunder. Mein größter Ehrgeiz ist, bevor ich sterbe, noch ein Wunder zu erleben. Wenn irgendjemand von einem Wunder hört, dann soll er es mich wissen lassen. Wir werden dann an den Ort fahren und überprüfen, ob es sich wirklich um eines handelt. Wenn dem so ist, dann kann ich in Frieden sterben, weil ich wenigstens ein Wunder erlebt habe. Wunder gehören zu den Hauptstützen aller Religionen. Sie sind leichter verständlich als theologische Theorien. Indem sie alles Übernatürliche als Betrug entlarven, erschüttern Rationalisten die Grundfesten des Glaubens in Indien. Woran also glauben die Rationalisten selbst? Der Geist lehnt alles ab, was er nicht begreift. So einfach würde ich das definieren. Ich kann die Existenz Gottes nicht beweisen, also lehne ich Gott ab oder lasse die Frage offen. Ich kann auch die Zukunft nicht vorhersagen. Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird, wenn ich tot bin. Also lehne ich alle Theorien über das jüngste Gericht und über die Wiedergeburt ab. Der Rationalismus ist meine Religion. Das bedeutet aber nicht, dass ich das Leben nicht als etwas Geheimnisvolles und Wunderbares sehe. Mathematik, Musik und Vernunft können Strukturen von größter Komplexität schaffen, die viel geheimnisvoller und schöner sind als jede Magie. Wir dürfen uns einfach nicht mehr zurückentwickeln. Wir dürfen uns nicht der Vernunft verschließen und dem Aberglauben ergeben. Es muss eine Gruppe geben, die für dieses Anliegen kämpft. Prabir Gosch ist einer der entschlossensten Streiter für den Rationalismus. Er hat Psychologie studiert und einige Bestseller gegen Religion, Hexerei und Wunderheiler geschrieben. Für Dr. Gosch ist der Rationalismus mehr als nur ein Kampf gegen den Aberglauben. Er hält die Religion für ein Mittel der Unterdrückung. Unterdrückung ist eine Folge unseres Gesellschaftssystems. Wir erklären, dass Armut nicht durch die Planeten oder den Himmel ausgelöst wird. Sie hat auch nichts mit unserem Handeln in einem früheren Leben oder mit irgendwelchen Gottheiten zu tun. Es gibt einfach eine Gruppe von Menschen, die Betrug dazu verwenden, die Leute in Abhängigkeit zu halten. Wir klären darüber auf. Die Menschen verstehen das und schließen sich uns an. Nur indem sie ihre Rechte fordern, können sie sich aus der Unterdrückung befreien. Der Rationalismus spricht junge Inder an, die sich von ihrer traditionellen Erziehung losgesagt haben. Die Rationalisten Kalkutas distanzieren sich von politischen Parteien, die sie für korrupt halten. Doch es ist unschwer zu erkennen, dass ihre Ideologie linksorientiert ist. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen intellektuellen Feldzug. Die Rationalisten Bengals sind organisiert. Mit härtester Disziplin rüsten sie zum Kampf. Und so sieht die Verteidigung aus. Sportbegeisterte junge Leute verbinden Karate mit der Sache der Vernunft. Das Training klingt nicht nur Schurzwecken. Brabier Gosch hat die Vorteile der Selbstverteidigung kennengelernt. Wir werden oft von Gottesmännern körperlich angegriffen. Es gibt politische Parteien, die uns ablehnen und unserer Bewegung ein Ende setzen wollen. Also müssen wir uns durch strenge Maßnahmen schützen. Im Gegensatz zu Menschen in manchen westlichen Ländern ist uns das Tragen von Waffen untersagt. Wir müssen uns mit bloßen Händen schützen. Dazu eignet sich Karate am besten. Diese Jugendlichen wissen nichts von unserer Rationalisten-Bewegung. Ihre Eltern dagegen schon. Sie haben ihre Kinder zu uns geschickt, damit wir sie zu guten Rationalisten ausbilden. Wären diese jungen Leute Gurus, dann hielte man ihre Kräfte für übernatürlich. Jedes Wochenende bricht Brabier Gosch mit seiner Gruppe auf, um Quacksalberei und Betrug zu entlarven. Er sucht die Konfrontation mit den Gottesmännern. Heute stellt er einen Fakir namens Ali, der sich einer bizarren Kur zur Heilung von Kranken bedient. Seine Patienten leiden an unterschiedlichen Beschwerden. Sie setzen sich in ein magisches Rechteck, das er auf der Erde markiert hat, und unterziehen sich seinem Reinigungsritual. Der Kampf gegen Quacksalberei ist eines der Hauptziele der Rationalisten. In ländlichen Gebieten gibt es oft keine Ärzte, da sich in den Städten mehr Geld verdienen lässt. Von diesem Mangel profitieren Heiler, die eher mit Taschenspielertricks als mit medizinischer Kunst arbeiten. Nachdem er seine Patientin mit der heilenden Flamme getauft hat, gibt ihr der Fakir ein Baumwollbändchen, das sie endgültig heilen soll. Die Rationalisten entlarven diese Wunderheiler als Betrüger, die Unwissenheit und Armut ausnützen. Während sein Gehilfe aus dem Koran zitiert, zaubert Ali Feuerbälle herbei, indem er eine Mischung aus Kampfer und Harz in eine lodernde Fackel wirft. All das soll einen magischen Eindruck hervorrufen. Die Rationalisten konfrontieren diesen Fakir nicht zum ersten Mal. Doch öffentliche Bloßstellung hat seinem Ruf kaum geschadet. Sie wollen ihn erneut herausfordern. Warum seid ihr hier? Ich habe gehört, dass hier etwas los ist. Ich will nur zusehen. Ich sage kein Wort. Der Fakir legt größten Wert auf die Einhaltung seines Rituals. Zusehen ist es verboten, das magische Rechteck zu betreten. Außerdem müssen sie ihre Hände dicht an ihrem Körper halten, damit der Zauber seine Wirkung nicht verfehlt. Brabier lässt dem Fakir einige Minuten, um seine Methoden zu zeigen. Dann greift er ein. Selbst wenn ihre Hände gefesselt wären, würden die Flammen noch erscheinen. Verschränkt alle eure Finger. Wir werden beweisen, dass die Flammen trotzdem erscheinen. Sehen wir, was dein Allah für mich tut. Seht ihr, alles Tricks. Das kann jeder tun. Es ist Betrug. Selbst wenn wir unsere Hände verschränken, entstehen noch Flammen. Und nichts passiert uns. Setzt euch außerhalb des Rechtecks. Auch außerhalb der Markierung werden Flammen erscheinen. Der Fakir behauptet, dass außerhalb des Rechtecks keine Flammen entstehen können. Doch wir waren außerhalb des Vierecks, haben unsere Finger verschränkt und trotzdem entstanden Feuerbälle. Es ist völlig egal, ob man innerhalb oder außerhalb des Vierecks steht. Feuerbälle entstehen überall. Diese Leute sind Ungläubige. Deine Patienten sind Betrüger mit erfundenen Krankheiten. Nichts ist erfunden. Warum macht ihr solche Schwierigkeiten? Man kann nicht alles durch Vernunft erklären. Ich bin kein Lügner. Prabir Gosch ist der Lügner. Wir sind Fakire. Wir glauben an Gott. Wenn sich Prabir mit seiner Gruppe einem Fakir, der unter dem Dorfbaum sitzt, nähert, dann wirkt das wie ein unfairer Kampf. So als würde man ein Gewehr gegen eine Maus richten. Doch dem ist nicht so. Diese Konfrontationen sind absolut nötig. Es geht nicht um die Bekämpfung eines einzelnen Mannes. Wir kämpfen gegen ein Klima, das von Aberglauben bestimmt wird. Die Rationalisten versuchen, einen ganzen Regenwald dunklen Glaubens zu roden. Es gibt Krankheiten, die man psychosomatisch nennt. Nachdem er die Aufmerksamkeit der Menge erregt hat, erklärt Prabir, wie Wunderheilungen funktionieren. Diese Krankheiten werden durch den Geist ausgelöst. Bei jeder Konfrontation mit den Gottesmännern gewinnen wir. Die Menge, die ursprünglich an den Fakir geglaubt hat, läuft zu Prabir über. Dieser Fakir ist ein Betrüger. Für nichts, was er tut, gibt es eine wissenschaftliche Grundlage. Es mag den Rationalisten zwar gelungen sein, einige der Einheimischen zu überzeugen, doch der Fakir denkt nicht daran aufzugeben. Die wollen nicht, dass Leuten geholfen wird. Denen werde ich es zeigen. Die halten sich wohl für sehr klug. Für die meisten westlichen Touristen erscheint Indien auf den ersten Blick als exotisches, farbenprächtiges Land. Doch die soziale und wirtschaftliche Not ist unübersehbar. Politische Parteien und religiöse Gruppen kämpfen in diesem angespannten sozialen Klima unerbittlich um Einfluss. Es gibt zwar das Grundrecht auf Schulbildung, doch arme Familien müssen ihre Kinder stattdessen Arbeiten schicken. Die Rationalisten stellen mit ihrer Kampagne gegen Aberglauben und Tradition ein neues Element dieser unbeständigen Gesellschaft dar. In Westbengal gibt es kaum medizinische Versorgung, da die meisten Ärzte keinen Dienst in ländlichen Gegenden versehen wollen. Dadurch überlassen sie das Gebiet Quacksalbern. Zweimal pro Woche stellen sich hunderte Menschen an, um eine Wunderheilerin zu besuchen. Die Frau hat sich auch als Hellseherin einen Namen gemacht. Die Heilerin zuckt mit dem Kopf, schließt die Augen und versetzt sich in Trance. Sie wird von Kranken und Arbeitslosen ebenso konsultiert, wie von unglücklich Verliebten oder Leuten, die sich um ihre Zukunft sorgen. Sie murmelt zuerst sich selbst und dann ihren Patienten etwas zu. Die Kranken werden behandelt, indem sie ihnen die Hände auflegt und dann auf ihren Kopf bläst. Jeder Besucher hinterlässt ein paar Münzen oder Banknoten. Obwohl sie keine fixen Honorarforderungen stellt, beträgt die Summe der wöchentlichen Spenden mehr als das Gehalt eines jungen Arztes. Da die Prophetin angeblich vom Geist Gottes erfüllt sein soll, spenden die Menschen gerne. Jeder der Patienten wird eine Minute lang behandelt, bevor er von ihrem Gehilfen eine Handvoll Blumen und ein Baumwollband für den Arm erhält. Sie darf den Talisman nicht an ihrem linken Arm tragen. Der Teich neben dem Schrein der Prophetin ist angeblich heilig. Müttern wird geraten, ihre kranken Töchter in sein Wasser zu tauchen. Ein Mittel gegen Fieber. Außerdem wird Teichwasser abgefüllt. Die Flaschen werden von der Heilerin gesegnet, um das Wasser in Medizin zu verwandeln. Die Hellseherin stellt die nächste Zielscheibe der Rationalisten dar. Doch der heutige Besuch Brabiers dient nur Erkundungszwecken. Er gibt sich als Patient aus, der HIV-positiv ist. Die Heilerin bezeichnet das als harmlos. Sie haben keine ernsthafte Krankheit. Sie nehmen nur keine geregelten Mahlzeiten zu sich. Deshalb haben Sie ein kleines Blutproblem, aber keinesfalls die tödliche Krankheit, an der Sie angeblich leiden. Ich habe noch ein Problem. Dann erzählen Sie es mir schnell. Werde ich heiraten können? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Kommen Sie einfach am Donnerstag und holen Sie Ihre Medizin ab. Obwohl Ihre Methoden offensichtlich zweifelhaft sind, zieht die Wunderheilerin hunderte Patienten in ihren Bann. Patienten, die eine Chance auf Genesung hätten, sterben, nur weil sie keinen Arzt konsultieren. Andererseits gibt es wiederum Leute mit psychosomatischen Erkrankungen, die durch den Glauben geheilt werden können. Diesen Patienten kann ein Wunderheiler helfen. Sicher aber nicht solchen, die an rein körperlichen Leiden erkrankt sind. Deshalb fordern wir Heiler auf, zu beweisen, dass sie jemanden heilen können, der nicht psychosomatisch erkrankt ist. Sogar die Heilerin selbst unterstreicht die wichtige Rolle des Glaubens. Ich arbeite für Leute, die durch den Glauben geheilt werden wollen. Ungläubigen würde ich nicht helfen. Doch Wunderheiler empfehlen sich auch für medizinische Probleme, die alles andere als psychosomatisch sind. Schlangen töten alljährlich tausende Menschen. Viele von ihnen müssten nicht sterben, wenn sie sachgemäß behandelt würden. Doch der Großteil der Landbevölkerung sucht kein Spital auf. Wenn Leute gebissen werden, konsultieren sie Wunderheiler. Dieser Schlangenbeschwörer wurde von den Rationalisten verpflichtet. Er ist Teil eines Programms zur Demonstration der Gefahren traditioneller Heilmethoden. Die Wippern und Kobras, die seiner Vorführung dienen, sind hochgiftig. Doch 90 Prozent aller indischen Schlangen sind harmlos. Aus diesem Grund gehen die Geschäfte der Wunderheiler gut. Wer von einer ungiftigen Schlange gebissen wurde, erholt sich mit und ohne Behandlung. Giftschlangenbisse erfordern aber medizinische Betreuung. Meistens ist sie allerdings nicht verfügbar. Diese Demonstration findet in einer kleinen Stadt an der Grenze zu Bangladesch statt. Der Heiler hat die Herausforderung der Rationalisten angenommen. Sollte es ihm gelingen, die Folgen eines todbringenden Schlangenwisses abzuwenden, bekommt er 100.000 Rupien. Das entspricht ungefähr 32.000 Schilling. Die Herausforderung erhitzt die Gemüter. Tausende sind gekommen, um dem Schauspiel beizuwohnen. Für die Behandlung eines Schlangenbisses verrechnen Wunderheiler 3.000 Rupien. Das ist ein Mehrfaches des Monatseinkommens einer Durchschnittsfamilie. Die Menge gerät in Aufruhr. Die Leute wissen, dass heute hier jemand erniedrigt wird. Entweder der Heiler oder die Rationalisten. Gegenstand der Demonstration ist ein Hund. Ein Biss dieser Kobra kann Menschen binnen Stunden töten. Die Fähigkeiten des Heilers werden einer harten Probe unterzogen. Er beginnt seine Therapie, indem er den Hund mit Wasser benitzt. Dann versucht er, den giftigen Geist mit einem Tuch zu vertreiben. Dazu spricht er Gebete und Zauberformeln. Zehn Minuten später. Der Heiler spricht noch immer Gebete. 20 Minuten später zeigt das Gift erstmals seine Wirkung. Der Hund verliert die Kontrolle über seine Gliedmaßen. Und der Heiler verzweifelt zunehmend. Er streut eine Handvoll Staub über das Tier. Dann attackiert er den giftigen Geist mit einem Besen. Dem Heiler sind nun die Ideen ausgegangen. Weder Gebete, Tücher noch Besen haben irgendeine Wirkung gezeigt. Fünf Minuten später erklärt sich der Wunderheiler für geschlagen. Er stimmt einem öffentlichen Geständnis zu. Werden Sie sich an unsere Abmachung halten und eine Stellungnahme abgeben? Ich dachte, dass magische Rituale große Wahrheiten beinhalten. Nun weiß ich, dass die Zaubersprüche leere Worte sind. Ich beglückwünsche Nikhil Baba zu seinem Geständnis. Was er für Wahrheit hielt, ist in Wirklichkeit Lüge. Warum halten Sie diese Demonstrationen ab? Jedes Jahr sterben in diesem Land 20.000 Menschen an Schlangenwissen. Die meisten von ihnen durch die Methoden solcher Heiler. Diese Demonstrationen sollen die Leute davon überzeugen, nicht zu einem Wunderheiler zu gehen. Ebenso wie Hasen und Meerschweinchen im Dienst der medizinischen Forschung sterben, musste auch dieser Hund sterben. Er könnte den Tod von tausenden Menschen verhindern. Würden die Leute ins Spitäler gehen, dann müssten sie nicht sterben. Wenn sie Wunderheiler konsultieren, dagegen schon. Dem wollen wir einen Riegel vorschieben. Wir mussten den Hund einfach opfern. Genauso wie Hasen und Meerschweinchen geopfert werden. Prabir bietet die Menge, eine Gedenkminute für den toten Hund einzulegen. Die Rationalisten führen keine Stille-Kampagne gegen traditionellen Irrglauben. Durch hitzige Konfrontationen in der Öffentlichkeit wollen sie die Einstellung der jungen Generation beeinflussen. Nach dem Vorbild der Missionare lassen die Rationalisten Calcuttas Straßenkindern Schulbildung angedeihen. Statt Religion vermitteln sie ihnen Wissen und die Botschaft der Vernunft. KIPAZA 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 Burt trägt nicht einmal Blut aus. Auch Feuerschlucken ist viel ungefährlicher, als es aussieht. Es ist Teil eines religiösen Rituals, bei dem kleine Stückchen Kampfer verwendet werden, die bei niedrigen Temperaturen entflammbar sind. Die Unterseite der Kampferstückchen bleibt allerdings kühl und verbrennt nicht. Wenn man den Mund schließt, wird die Flamme von im Atem enthaltenem Kohlendioxid schnell gelöscht. Von den Rationalisten ermutigt, unternimmt ein zu sehr selbst einen Versuch. Die Rationalisten werden viele Wochen unterwegs sein. Sie investieren nicht nur Zeit, sondern auch Eigenkapital in die Kampagne. Auch der Gang über glühende Kohlen darf bei keinem religiösen Fest fehlen. Den Teilnehmern wird eingeredet, dass ihr Glaube jegliches Schmerzempfinden verhindert. Die Rationalisten vertrauen jedoch lieber der Physik als der Religion. Die dicke Hornhaut der Fußsohlen ist ein schlechter Wärmeleiter, ebenso wie die Asche an der Oberseite der Kohlen. Wenn man in Bewegung bleibt, hat die Glut keine Chance, die Haut zu verbrennen. Es tut überhaupt nicht weh. Jeder, der den Mut hat, es zu versuchen, wird das bestätigen. Dadurch stellen wir die Wundermänner, die Gottesmänner und die Gurus bloß. Natürlich versuchen sie, unsere Vorführungen zu sabotieren. Sie streuen beispielsweise Zucker ins Feuer, der schmilzt und dann an den Fußsohlen festklebt. Dann sagen sie, das ist die göttliche Rache der Gurus, weil wir sie herausfordern. Wir müssen genau darauf achten, dass keine Glassplitter oder Zucker ins Feuer gestreut werden. Glassplitter und Zucker sind allerdings nicht die unerbittlichsten Widersacher der Rationalisten. Ihr Feldzug gegen die Gottesmänner hat gerade erst begonnen. Zahllose Konflikte stehen noch bevor. Eines der Hauptziele der indischen Rationalisten ist, zu beweisen, dass auch der Mann von der Straße sogenannte Wunder wirken kann. Glaube spielt dabei keine Rolle. Guru Jäger Prämanant hat bereits hunderte solcher Demonstrationen durchgeführt. Diese Freiwilligen sind Einheimische, Mechaniker, Lastwagenfahrer und Beamte. Ebenso wie ihr Lehrer wurden die meisten von ihnen als Hindus erzogen, haben jedoch ihrem Glauben abgeschworen. So wollen sie beweisen, dass ein Rationalist eine ebenso gute Hilfe, eine Handvoll Blumen und ein Baumwollband für den Arm erhält. Sie darf den Talisman nicht an ihrem linken Arm tragen. Der Teich neben dem Schrein der Prophetin ist angeblich heilig. Müttern wird geraten, ihre kranken Töchter in sein Wasser zu tauchen. Ein Mittel gegen Fieber. Außerdem wird Teichwasser abgefüllt. Die Flaschen werden von der Heilerin gesegnet, um das Wasser in Medizin zu verwandeln. Die Hellseherin stellt die nächste Zielscheibe der Rationalisten dar. Doch der heutige Besuch Brabiers dient nur Erkundungszwecken. Er gibt sich als Patient aus, der HIV-positiv ist. Die Heilerin bezeichnet das als harmlos. Sie haben keine ernsthafte Krankheit. Sie nehmen nur keine geregelten Mahlzeiten zu sich. Deshalb haben sie ein kleines Blutproblem, aber keinesfalls die tödliche Krankheit, an der sie angeblich leiden. Ich habe noch ein Problem. Dann erzählen Sie es mir schnell. Werde ich heiraten können? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Kommen Sie einfach am Donnerstag und holen Sie Ihre Medizin ab. Obwohl Ihre Methoden offensichtlich zweifelhaft sind, zieht die Wunderheilerin hunderte Patienten in ihren Bann. Patienten, die eine Chance auf Genesung hätten, sterben, nur weil sie keinen Arzt konsultieren. Andererseits gibt es wiederum Leute mit psychosomatischen Erkrankungen, die durch den Glauben geheilt werden können. Diesen Patienten kann ein Wunderheiler helfen. Sicher aber nicht solchen, die an rein körperlichen Leiden erkrankt sind. Deshalb fordern wir Heiler auf, zu beweisen, dass sie jemanden heilen können, der nicht psychosomatisch erkrankt ist. Sogar die Heilerin selbst unterstreicht die wichtige Rolle des Glaubens. Ich arbeite für Leute, die durch den Glauben geheilt werden wollen. Ungläubigen würde ich nicht helfen. Doch Wunderheiler empfehlen sich auch für medizinische Probleme, die alles andere als psychosomatisch sind. Schlangen töten alljährlich tausende Menschen. Viele von ihnen müssten nicht sterben, wenn sie sachgemäß behandelt würden. Doch der Großteil der Landbevölkerung sucht kein Spital auf. Wenn Leute gebissen werden, konsultieren sie Wunderheiler. Dieser Schlangenbeschwörer wurde... Gurujäger Prämanant hat bereits hunderte solcher Demonstrationen durchgeführt. Diese Freiwilligen sind Allheimische, Mechaniker, Lastwagenfahrer und Beamte. Ebenso wie ihr Lehrer wurden die meisten von ihnen als Hindus erzogen, haben jedoch ihrem Glauben abgeschworen. So wollen sie beweisen, dass ein Rationalist eine ebenso gute Show abziehen kann wie jeder Guru. Die Freiwilligen bei dieser Demonstration sind ein Ingenieur und der Sekretär eines lokalen Rationalistenclubs. Beide haben derartiges noch nie versucht. Bei religiösen Festen ziehen Gläubige Wagen, die an Seilen mit Haken im Fleisch ihrer Rücken befestigt sind. Prämanants Männer wollen noch einen Schritt weiter gehen. Sie werden diesen Jeep ziehen. Es ist völlig schmerzlos. Schmerzlos? Absolut schmerzlos. Außerdem können drei Hautschichten ein Gewicht von 80 Kilo aushalten. Einem Jeep mit Haken im Fleisch zu ziehen ist deshalb leichter, weil zwei Männer an der Arbeit sind. Es wird ganz einfach sein. Die Freiwilligen rufen zur Motivation den Namen des örtlichen Leiters der Rationalisten und setzen den Jeep in Bewegung. Sie beweisen die Stärke und Elastizität ihrer Haut. Dabei geht es um die menschliche Physiologie. Mit Glaube hat es nichts zu tun. Als anschließend die Haken aus der Haut entfernt werden, tritt kein Tropf von Blut aus. Es hat nur mit Kraft zu tun, nicht mit Gott. Jeder kann das tun. Alles, was man dazu braucht, ist Mut. Man muss einfach furchtlos sein. Nein, nicht furchtlos. Nachdem ich in einem hinduistischen Land geboren wurde, glaubte ich ebenfalls an Wunder. Ich dachte, ich sollte auch über solche Kräfte verfügen. Ich bereiste ganz Indien auf der Suche nach einem Guru, der mir diese Fähigkeiten verleihen könnte. Als ich jedoch herausfand, dass alle Gurus Betrüger sind, gab ich die Suche auf. Seit 40 Jahren jagt der heute 65-jährige Prämanant Gurus und Gottesmänner. Er hat ein Dossier über 1500 sogenannte Wunder zusammengestellt, die er in seinem Buch der indische Skeptiker detailgetreu schildert. Benutzt er Kristalle, die, so sagt er, nur für ihn sichtbare Strahlen abgeben. Die Kristalle teilen ihm mit, woran ein Patient leidet. Dann wird der Kranke durch Berührung mit dem Kristall und durch Musik behandelt. Dieser Kristall zeigt Farben, verschiedene Farben, die anzeigen, in welcher Reihe eine kranke Person sitzt. Er blinkt wie eine kleine Glühbirne. Dadurch weiß ich, wo die Herzpatienten sind. Wenn zum Beispiel zwölf blaue Lichter aufscheinen, weiß ich, dass zwölf Krebspatienten in der Halle sitzen. Dann verkünde ich, heute befinden sich zwölf Krebspatienten und 14 Herzkranke unter uns. Ich bitte Sie aufzustehen. Ich rufe Sie einzeln auf, berühre Ihre Stirn mit dem Kristall. Außerdem berate ich Sie. Ich sage Ihnen beispielsweise, dass Sie den Arzt wechseln sollen, dass Sie eine Medizin weiterhin einnehmen können oder, dass eine falsche Diagnose gestellt wurde. Ich bitte Sie, näher zu kommen und lasse Sie eine halbe Stunde lang der Musik zuhören. Abschließend bekommen Sie dann heilende Steine. Dann gebe ich etwas zu Ihnen. Und der Raga ist, dass Sie diesen Raga in diesem Moment hören können. Prompt überraschte Swami die Filmcrew, indem er aus dem Boden seines Lieblingskristalles ein Schmuckstück hervorzauberte. Das ist für Sie. Eine Ganapati-Koralle. Mit Zauber hat das nichts zu tun, das ist ein Geschenk. Wie Schokolade. Wir Zauberkünstler, Illusionäre, Magier, Manipulateure tun solche Dinge immer wieder als Teil unseres Jobs. Aber wir behaupten nicht, Gottesmänner mit übernatürlichen Kräften zu sein. Ich stelle nicht den Anspruch, ein Baba zu sein. Wir sind Künstler, die die Leute unterhalten wollen. Die Absichten der Gottesmänner hingegen sind schlecht. Sie treiben die Gesellschaftsentwicklung zurück. Die Wissenschaft will weiterkommen. Doch die Gurus sorgen für den Rückschritt. Diese kleine Gruppe will genau das verhindern. Dieser klapprige Minibus gehört der Gruppe der Rationalisten. Die Aktivisten kämpfen im südindischen Staat Kerala gegen Wunder und Übersinnliches. Die Rationalisten rekrutieren sich aus gebildeten, aber wenig wohlhabenden Bevölkerungsschichten. Studenten, Lehrer und junge Wissenschaftler. Tagtäglich entrollen sie ihre Transparente in einem halben Dutzend Dörfer und präsentieren eine Show, die die Tricks der Gottesmänner entlarven soll. Ich habe gehört, dass hier etwas los ist. Ich will nur zusehen. Ich sage kein Wort. Der Verkehr legt größten Wert auf die Einhaltung seines Rituals. Zusehern ist es verboten, das magische Rechteck zu betreten. Außerdem müssen sie ihre Hände dicht an ihrem Körper halten, damit der Zauber seine Wirkung nicht verfehlt. Prabir lässt im Verkehr einige Minuten, um seine Methoden zu zeigen. Dann greift er ein. Selbst wenn ihre Hände gefesselt wären, würden die Flammen noch erscheinen. Verschränkt alle eure Finger. Wir werden beweisen, dass die Flammen trotzdem erscheinen. Sehen wir, was dein Allah für mich tut. Seht ihr, alles Tricks. Das kann jeder tun. Es ist Betrug. Selbst wenn wir unsere Hände verschränken, entstehen noch Flammen. Und nichts passiert uns. Setzt euch außerhalb des Rechtecks. Auch außerhalb der Markierung werden Flammen erscheinen. Der Fakir behauptet, dass außerhalb des Rechtecks keine Flammen entstehen können. Doch wir waren außerhalb des Vierecks, haben unsere Finger verschränkt und trotzdem entstanden Feuerbälle. Es ist völlig egal, ob man innerhalb oder außerhalb des Vierecks steht. Feuerbälle entstehen überall. Diese Leute sind Ungläubige. Deine Patienten sind Betrüger mit erfundenen Krankheiten. Nichts ist erfunden. Warum macht ihr solche Schwierigkeiten? Man kann nicht alles durch Vernunft erklären. Ich bin kein Lügner. Prabir Gosch ist der Lügner. Wir sind Fakire. Wir glauben an Gott. Wenn sich Prabir mit seiner Gruppe einem Fakir, der unter dem Dorfbaum sitzt, nähert, dann wirkt das... Als ich vorige Woche zu Sai Baba ging, zauberte er diesen Ring für mich aus dem Nichts hervor. Er ist mit neun Edelsteinen besetzt. Darunter befinden sich ein Rubin, eine Perle, ein Saphir, ein Smaragd und ein Diamant. Gott weiß, was noch. Der Ring hatte sich plötzlich materialisiert. Ich konnte ihn anfassen. Sie werden sagen, das ist unglaublich. Doch ich war selbst Zeuge. Ich bin keine leichtgläubige Person. Ich besitze ein Diplom in Physik und außerdem ein Wirtschaftsdiplom der Universität Harvard. Dennoch finde ich keinen Widerspruch zwischen den Gesetzen der Physik und meinem Glauben daran, dass der Ring aus dem Nichts kam. Auch die Wissenschaftler tun wenig, um den Aberglauben zu bekämpfen. In diesem Sai Baba-Schrein in Bangalore, dem indischen Zentrum für Wissenschaft und Technologie, versammeln sich Professoren sämtlicher Forschungsinstitute. Experten für Luftfahrt oder Geologie beten zu einem Mann, dem sie übernatürliche Kräfte zuschreiben. Es gibt Leute mit geringern und solche mit starken, übernatürlichen Fähigkeiten. Sai Baba verfügt über solche Kräfte. Wir betrachten ihn als Gott, das steht außer Frage. Da ich Wissenschaftler bin, glaubte ich ursprünglich auch nicht an Sai Baba. Doch heute ist mein Vertrauen in ihn unerschütterlich. Ich war selbst Augenzeuge von Wundern, die er wirkte. Sehen Sie den Ring, den ich trage? Er wurde von Sai Baba durch eine bloße Handbewegung aus dem Nichts materialisiert. Um zu beweisen, dass es sich dabei nicht um einen Trick handelt, zauberte er dann eine Menge wie Buti, das ist weiße Asche, hervor. Als ich ihn zum ersten Mal in Butabati traf, fragte er mich, ob ich auch weiße Asche wolle. Als ich Ja sagte, zauberte er sie durch eine kleine Handbewegung hervor. Er kreist einfach mit der Hand und die Dinge erscheinen aus dem Nichts. Er schenkt sie dann weiter, um die Leute zu überzeugen. Da ich Wissenschaftler und folglich skeptisch war, erhob er die Hand und rollte seinen Ärmel hoch. Er entblößte seine Achselhöhle und sagte, die Leute glauben, dass ich die Dinge hier verstecke. Er fragte, ob ich dort etwas sehen könne, was ich verneinte. Ich sagte, ich hätte keine Erklärung. Sai Baba kann definitiv jeden Gegenstand herbeizaubern. Das steht für mich außer Frage. Der Glaube an die Kräfte des Gurus mag den Wissenschaftler gegenüber anderen Erklärungen für diese übernatürlichen Phänomene blind gemacht haben. P.C. Sorkar ist Indiens bedeutendster Zauberkünstler. Er findet nichts Außergewöhnliches daran, wenn ein Ring scheinbar aus dem Nichts erscheint. Es handelt sich dabei um einen Trick. Deshalb haben sie ein kleines Blutproblem, aber keinesfalls die tödliche Krankheit, an der sie angeht. Ich habe noch ein Problem. Dann erzählen Sie es mir schnell. Werde ich heiraten können? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Kommen Sie einfach am Donnerstag und holen Sie Ihre Medizin ab. Obwohl Ihre Methoden offensichtlich zweifelhaft sind, zieht die Wunderheilerin hunderte Patienten in ihren Bann. Patienten, die eine Chance auf Genesung hätten, sterben, nur weil sie keinen Arzt konsultieren. Andererseits gibt es wiederum Leute mit psychosomatischen Erkrankungen, die durch den Glauben geheilt werden können. Diesen Patienten kann ein Wunderheiler helfen. Sicher aber nicht solchen, die an rein körperlichen Leiden erkrankt sind. Deshalb fordern wir Heiler auf, zu beweisen, dass sie jemanden heilen können, der nicht psychosomatisch erkrankt ist. Sogar die Heilerin selbst unterstreicht die wichtige Rolle des Glaubens. Ich arbeite für Leute, die durch den Glauben geheilt werden wollen. Ungläubigen würde ich nicht helfen. Doch Wunderheiler empfehlen sich auch für medizinische Probleme, die alles andere als psychosomatisch sind. Schlangen töten alljährlich tausende Menschen. Viele von ihnen müssten nicht sterben, wenn sie sachgemäß behandelt würden. Doch der Großteil der Landbevölkerung sucht kein Spital auf. Wenn Leute gebissen werden, konsultieren sie Wunderheiler. Dieser Schlangenbeschwörer wurde von den Rationalisten verpflichtet. Er ist Teil eines Programms zur Demonstration der Gefahren traditioneller Heilmethoden. Die Wipan und Kobras, die seiner Vorführung dienen, sind hochgiftig. Doch 90% aller indischen Schlangen sind harmlos. Aus diesem Grund gehen die Geschäfte der Wunderheiler gut. Wer von einer ungiftigen Schlange gebissen wurde, erholt sich mit und ohne Behandlung. Giftschlangenbisse erfordern aber medizinische Betreuung. Meistens ist sie allerdings nicht verfügbar. Diese Demonstration findet in einer kleinen Stadt an der Grenze zu Bangladesch statt. Der Heiler hat die Herausforderung der Rationalisten angenommen. Sollte es ihm gelingen, die Folgen eines todbringenden Schlangenbisses abzuwenden, bekommt er 100.000 Rupien. Das entspricht ungefähr 32.000 Schilling. Die Herausforderung erhitzt die Gemüter. Tausende sind gekommen, um dem Schauspiel beizuwohnen. Für die Behandlung eines Schlangenbisses verrechnen Wunderheiler, Wunderheilerin zu besuchen. Die Frau hat sich auch als Hellseherin einen Namen gemacht. Die Heilerin zuckt mit dem Kopf, schließt die Augen und versetzt sich in Trance. Sie wird von Kranken und Arbeitslosen ebenso konsultiert, wie von unglücklich Verliebten oder Leuten, die sich um ihre Zukunft sorgen. Sie murmelt zuerst sich selbst und dann ihren Patienten etwas zu. Die Kranken werden behandelt, indem sie ihnen die Hände auflegt und dann auf ihren Kopf bläst. Jeder Besucher hinterlässt ein paar Münzen oder Banknoten. Obwohl sie keine fixen Honorarforderungen stellt, beträgt die Summe der wöchentlichen Spenden mehr als das Gehalt eines jungen Arztes. Da die Prophetin angeblich vom Geist Gottes erfüllt sein soll, spenden die Menschen gerne. Jeder der Patienten wird eine Minute lang behandelt, bevor er von ihrem Gehilfen eine Handvoll Blumen und ein Baumwollband für den Arm erhält. Sie darf den Talisman nicht an ihrem linken Arm tragen. Der Teich neben dem Schrein der Prophetin ist angeblich heilig. Müttern wird geraten, ihre kranken Töchter in sein Wasser zu tauchen. Ein Mittel gegen Fieber. Außerdem wird Teichwasser abgefüllt. Die Flaschen werden von der Heilerin gesegnet, um das Wasser in Medizin zu verwandeln. Die Hellseherin stellt die nächste Zielscheibe der Rationalisten dar. Doch der heutige Besuch Brabiers dient nur Erkundungszwecken. Er gibt sich als Patient aus, der HIV-positiv ist. Die Heilerin bezeichnet das als harmlos. Sie haben keine ernsthafte Krankheit. Sie nehmen nur keine geregelten Mahlzeiten zu sich. Deshalb haben Sie ein kleines Blutproblem, aber keinesfalls die tödliche Krankheit, an der Sie angeblich leiden. Ich habe noch ein Problem. Dann erzählen Sie es mir schnell. Werde ich heiraten können? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Kommen Sie einfach am Donnerstag und holen Sie Ihre Medizin ab. Obwohl Ihre Methoden offensichtlich zweifelhaft sind, zieht die Wunderheilerin hunderte Patienten in ihren Bann. Patienten, die eine Chance auf Genesung hätten, sterben, nur weil sie keinen Arzt konsultieren. Andererseits gibt es wiederum Leute mit psychosomatischen Erkrankungen, die durch den Glauben geheilt werden können. Diesen Patienten kann ein Wunderheiler helfen. Sicher aber nicht solchen, die an rein körperlichen... ...bottes Männer an, um die Leute zu überzeugen, dass sie durch Geisteskraft Feuer entfachen können. In Wirklichkeit handelt es sich um eine simple chemische Reaktion. Das Papier wurde mit Kalium per Manganat behandelt. Wenn man Glycerin darüber gießt, geht es in Flammen auf. Die Leute in indischen Dörfern sind sehr abergläubisch. Sie besitzen keine wissenschaftliche Bildung. Das ist eine Folge des Analphabetentums. Doch selbst in einer Gegend wie Kerala, wo nahezu die gesamte Bevölkerung schreiben kann, sind die Leute wissenschaftlich ungebildet. Diese Kampagne soll 100 Bezirke des Landes erreichen. Wir wollen die Menschen direkt ansprechen und die sogenannten Wunder erklären. Dadurch bekämpfen wir den Aberglauben. Zu jeder unserer Demonstrationen erscheinen ca. 200 bis 500 Zuseher, die dann von unserer Tätigkeit berichten. So erreichen wir die Menschen schnell. Rationalisten wenden sich nicht gegen die Religion, sondern gegen den Aberglauben. Doch in Indien ist es schwer, voneinander zu trennen. Hier geschieht ein alltägliches Wunder, das ständig in Tempeln und bei Zeremonien vorgeführt wird. Anlässlich religiöser Feste wirken Gurus in Tempeln Wunder. Zum Standard-Repertoire gehört auch das Durchstechen der Zunge und der Wangen. Die Zuseher führen das darauf zurück, dass die heiligen Männer den Segen der Götter besitzen. Wir versuchen den Leuten zu erklären, dass dieser Aberglaube auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Wir müssen ihnen ständig vor Augen halten, dass es sich bei all diesen Dingen einfach um billige Tricks handelt. Entgegen dem Anschein verursacht dieses Piercing kaum Schaden und wenig Schmerz. Diese stark motivierten Freiwilligen spüren fast nichts, wenn sie ihre Wangen durchstechen. Der Schmerz entsteht nur im Gehirn des Zusehers. Die fleischige Gesichtsregion, die durchstochen wird, enthält kaum Blutgefäße oder Knochen. Wenn man die Haut strafft, bevor man sie mit dem Spieß durchbohrt, trägt nicht einmal Blut aus. Auch Feuerschlucken ist viel ungefährlicher, als es aussieht. Es ist Teil eines religiösen Rituals, bei dem kleine Stückchen Kampfer verwendet werden, die bei niedrigen Temperaturen entflammbar sind. Die Unterseite der Kampferstückchen bleibt allerdings kühl und verbrennt nicht. Wenn man den Mund schließt, wird die Flamme von im Atem enthaltenem Kohlendioxid schnell gelöscht. Von den Rationalisten ermutigt ihm jedoch ein besonders hoher Stellenwert zu. Manche Gesellschaftsschichten nutzen den Aberglauben aus, um ihre Macht auszuweiten. Die Patienten dieses westbengalischen Fakirs glauben, dass sein durch Chemikalien entfachtes Feuer Krankheiten besiegen kann. Diese heilige Frau versetzt sich in Trance, behandelt Kranke und sagt auch die Zukunft voraus. Hunderte Gläubige pilgern zu ihrem kleinen Schrein und erzählen von ihren Beschwerden und Sorgen. Außerdem suchen sie Rat in Geschäfts- und Liebesangelegenheiten. Tricks helfen allerdings nicht nur beim Ausbau persönlicher Macht, sondern auch beim Gewinn von Wählerstimmen. Dieser heilige Mann behauptet, vier Tage unter Wasser verbracht zu haben. Offensichtlich wurde er insgeheim mit Sauerstoff versorgt. Doch die Gläubigen sind von seiner göttlichen Kraft unerschütterlich überzeugt. Nachdem er seinem Tank entstiegen war, dankte der Baba Gott und sprach sich für den einheimischen Kandidaten zur bevorstehenden Wahl aus. Im Namen der Religion finden erstaunliche Rituale statt. In ganz Asien versuchen Hindus und Moslems zu beweisen, dass der Glaube stärker ist als das Fleisch. Die Gläubigen meinen, dass strikte Religionsausübung nicht nur Schmerz, sondern auch physikalische Gesetze besiegen kann. Gurus gehen auf glühenden Kohlen und lassen sich die Haut durchstechen. Indem sie dem Körper solchen Qualen unterziehen, stärken sie den Glauben der Zuseher. Einer der bedeutendsten Gurus ist Satya Sai Baba. Er hat eine weltweite Gefolgschaft, die Millionen zählt. Seine übernatürlichen Kunststücke sind legendär und seine Anhänger verehren ihn als lebendigen Gott. Während seiner täglichen Audienzen begeistert er die Menge, indem er heilige Asche herbeizaubert und sie dann über die Zuseher verstreut. Seine Anhänger bestehen nicht nur aus Armen und Analphabeten, sondern auch aus der intellektuellen Elite des Landes. Dieses Land ist einzigartig, weil es über zumindest 400 bis 500 Männer und Frauen verfügt, die nicht nur behaupten, übernatürliche Kräfte zu haben, sondern sich auch als Götter bezeichnen. Die Leute glauben ihnen und beten sie an. Ein Mann wie Sai Baba hat ein Gefolge, das in die Millionen geht. Darunter befinden sich auch hohe Beamte. Sehr häufig werden Entscheidungen, besonders wenn es um Ernennungen geht, in Konsultation mit den Gurus getroffen. Baba ist nur einer von ihnen. Es gibt noch viele andere. Manche haben nur lokalen Einfluss, doch Sai Baba ist von nationaler Bedeutung. Sai Baba hat eine nationaler Influenz. T.N. Seeshan bekleidete bis vor kurzem eine hohe Stellung im Wahlausschuss und war sogar selbst für das Präsidentenamt im Gespräch. Er ist einer von Sai Babas prominentesten Anhängern. Als ich vorige Woche zu Sai Baba ging, zauberte er diesen Ring für mich aus dem Nichts hervor. Ich stelle nicht den Anspruch, ein Baba zu sein. Wir sind Künstler, die die Leute unterhalten wollen. Die Absichten der Gottesmänner hingegen sind schlecht. Sie treiben die Gesellschaftsentwicklung zurück. Die Wissenschaft will weiterkommen. Doch die Gurus sorgen für den Rückschritt. Diese kleine Gruppe will genau das verhindern. Dieser klapprige Minibus gehört der Gruppe der Rationalisten. Die Aktivisten kämpfen im südindischen Staat Kerala gegen Wunder und Übersinnliches. Die Rationalisten rekrutieren sich aus gebildeten, aber wenig wohlhabenden Bevölkerungsschichten. Studenten, Lehrer und junge Wissenschaftler. Tagtäglich entrollen sie ihre Transparente in einem halben Dutzend Dörfer und präsentieren eine Show, die die Tricks der Gottesmänner entlarven soll. Leiter der Gruppe ist der Journalist Sanal Edamaraku. Zu Beginn seiner Informationsveranstaltung zeigt er Fotos von prominenten Politikern in Gesellschaft eines Gurus. Dieser Guru landete im Gefängnis, weil er einen Prostitutionsring betrieb. Danach führt er Sai Babas Trick mit der heiligen Asche vor. Unmengen der heiligen Substanz kommen zum Vorschein. In Wirklichkeit handelt es sich um komprimierte Asche, die er unter der Handfläche versteckt. Der Betrugsvorwurf gegen einen verehrten Gottesmann provoziert die Gläubigen. Sie wollen das Beweismaterial selbst einer Prüfung unterziehen. Den nächsten Trick wenden Gottesmänner an, um die Leute zu überzeugen, dass sie durch Geisteskraft Feuer entfachen können. In Wirklichkeit handelt es sich um eine simple chemische Reaktion. Das Papier wurde mit Kalium per Manganat behandelt. Wenn man Glycerin darüber gießt, geht es in Flammen auf. Die Leute in indischen Dörfern sind sehr abergläubisch. Sie besitzen keine wissenschaftliche Bildung. Das ist eine Folge des Analphabetentums. Doch selbst in einer Gegend wie Kerala, wo nahezu die gesamte Bevölkerung schreiben kann, sind die Leute wissenschaftlich ungebildet. Diese Kampagne soll 100 Bezirke des Landes erreichen. Wir wollen die Menschen direkt ansprechen und die sogenannten Wunder erklären. Dadurch bekämpfen wir den Aberglauben. Zu jeder unserer Demonstrationen erscheinen ca. 200 bis 500 Zuseher, die dann von unserer Tätigkeit berichten. So erreichen wir die Menschen schnell. Rationalisten wenden sich nicht gegen die Religion, sondern gegen den Aberglauben. Doch in Indien ist es schwer, voneinander zu trennen.